Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja ich bin mit dem Till, hallo Till. Ja ich bin gerade im Freibad, ey Quatsch im Freibad, im Hallenbad. Erstmal im Hallenbad in Lahnstein. Und ja hier gibt es auch ein Fünfer. Ich guck mal welche Sprung dem offen sind und was da so geht. . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So Leute, wir sind jetzt wieder draußen, der Till hat schon die Fahrräder gerade losgemacht. Ja, es war sehr schön. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe einen etwas krassen Fail vom Fünfer gehabt. Ich hoffe, euch gefällt das anzuschauen. Für mich war es nicht ganz so lustig, aber ihr werdet es bestimmt lustig. Wir machen uns jetzt wieder auf den Heimweg in diese Richtung Pfaffendorfer Höhe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Bis zum nächsten Video. Ciao.